Ganz wichtig an dieser Stelle, jetzt kommt das Ende vom Star Wars Finale. Die ersten 54 Minuten findet ihr in dem anderen Video. Ich muss das nochmal neu hochladen, weil am Ende die Musik rausgenommen wurde, weil das ganze Copyright beinhaltet. Ich hoffe diesmal wird es funktionieren, aber wer die ersten 54 Minuten noch nicht gesehen hat, schaut euch bitte das Video ganz oben in der Videobeschreibung an, denn dort ist Teil 1 vom Finale und danach ist kein Ton mehr dort. Deshalb müsst ihr ab der 54. Minute vom anderen Video sofort auf dieses Video rüberschalten und das hier bis zum Ende schauen. Tut mir leid für alle, die das Finale ohne Ton gesehen haben, ich kann da nichts für. Aber ich wünsche euch trotzdem jetzt viel Spaß mit dem Finale. Lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da für Star Wars. Ich bin raus. Viel Spaß. Alter, wir haben es geschafft! Ich habe das Holocon. Ich muss das tun. Oh mein Gott, Alter, ihre eigene Schülerin. Das ist wie Obi-Wan und Anakin. Es ist vorbei, Trillan. Nichts ist jemals wirklich vorbei. Der Kampf ist beendet. Ich kenne diese Dunkelheit in dir. Sie frisst dich auf. Jeden Tag entscheiden wir, ob wir sie weiter nähren oder bekämpfen. Es ist zu spät, Seer. Nein, ist es nicht. Ich weiß, dass meine Entscheidungen dir all deine geraubt haben. Ich habe dich im Stich gelassen, Triller. Nein. Ich bin schuld. Gleich wird was passieren. Das ist dumm. Das tut mir unendlich leid. Sie wird gleich sterben, wenn sie so weitermacht. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein Wahrscheinlich. Oh nein. Oh nein. Du kannst nicht entkommen. Ach du Scheiße, ey. Ich kann nichts machen. Oh mein Gott, Alter. Das ist die Musik, wo Anakin Lünglinge abschlachtet. Alter. Was? Oh mein Gott, ich muss hier weg. Der Vader ist hier. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Alter, nein, nein, nein. Weg hier. Stell dich doch. Wohin? Nein. Aufzug. Ey, ei, ei. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, nein. Hoch. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Darf Vader. Darf Vader. Darf Vader. Nur wenige überleben eine Begegnung mit dem mächtigsten Sith der Galaxis. Flucht ist die einzige Chance zu überleben. Darf Vader ist der dunkle Lord der Sith. Ist eine mysteriöse Gestalt innerhalb des Imperiums. Begegnungen mit diesem maschinenartigen Mann sind selten. Meist aber tödlich. Ausgebildet in der dunklen Seite der Macht. Befehle ich weder die Inquisitoren. Ich glaube es nicht. Wir haben ihn abgehängt. Oh mein Gott, diese Musik, alles gerade hier. Ich gehe kaputt, Alter. Das ist so krank, Alter. Ich schwöre, ich bin so geflasht. Ich bin so geflasht. Spiel des Jahres, Alter. Nix kann das überbieten, Alter. Krank. Ey, diese Musik, alles, Digga. Ich bin gefickt. Krank. Ich schwöre es dir, Alter. Unglaublich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Nein, Kerl. Nein. 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 Übergebt das Hologron. Das gebe ich euch nie. Abwarten. Oh mein Gott. Oh nein. Nein. Jawohl. Und jetzt zu zweit gegen ihn. Ihr werdet die Kinder nie bekommen. Oh mein Gott, der kämpft mit einer Hand, Digga. Alter. Das ist zu stark. So viel Hass. So viel Hass. Aus dir wäre eine exzellente Inquisitorin geworden. Sie ist stärker als das. Das war Martial in Form. Nein. Ja. Stark mit der dunklen Seite. Ich kann sie verspüren. Hier. Hier. Hey. Stark. Wir haben noch eine Fall. Stark. Oh mein Gott. Nein. Schnell weg, Digger! Ich schwör's dir, Alter. Ich komm immer noch nicht klar, Alter. Ey, was Krasseres hätte mich passieren können, ey. Gebt mal weg mit Obi-Wan und alles. Das. Alter, die Musik, alles. Hey. Hey. Hey, Kleiner. Ich bin am Zittern, Alter. Ich bin am Zittern, seht ihr das? Ich bin am Zittern. Sieh, ihr geht's gut. Ihr geht's gut. Ja. Du auch. Geschafft, Kleiner. Alter. Wirklich? Geschafft. Pass bloß auf, Kel. Wo sind sie? Ja, da draußen sind sie. Warte, halt, Moment. Ich hab gedacht, Kel wird sterben, Alter. Ich hab gedacht, Vader zerstört ihn jetzt. Verzeihung. Das warst du im Wasser, nicht wahr? Boah, sie hat uns geholfen, ey. Du bist okay. Sie hat uns nochmal geholfen, ohne Scheiß. Er war die ganze Zeit bei dir. Danke. Wo ist BD? Hey. Hey. Und was jetzt? Tja, Captain. Ich brauche ihr Schiff nicht mehr. Ihr Vertrag wurde erfüllt. Danke, Grease. Also, wenn's Ihnen nichts ausmacht, hab ich mir gedacht, dass ich vielleicht noch bleibe und sie an ihr nächstes Ziel bringe. Außerdem sieht der Kleine zu mir auf. Was ist damit? Ja, da ist er doch, BD, ganz links. Er hat überlebt. Er hat überlebt. Er hat überlebt. Die nächste Generation der Jedi. Das Imperium wird sie jagen. Genauso wie sie uns jagen. Das Leben aller Kinder auf dieser Liste wird für alle Zeit verändert werden. Aber nicht durch uns. Ihr Schicksal sollte der Macht anvertraut werden. Es ist zu gefährlich, ne? Es ist zu gefährlich. Wenn das eine mal in falsche Hände gerät. Und wohin jetzt? Oh mein Gott, das war's. Ey. Ich hör's dir. Ich komm nicht klar, Alter. Ohne Scheiß, Leute. Das ist das Spiel des Jahres gewesen. Was ein Ende, Digga. Mit der Musik, mit allem, Leute. Ich komm nicht klar, ey. Ey, mach die 15.000 Likes hier voll. Es gab wirklich kein krasseres Star Wars Spiel bisher. Und in diesem Jahr. Wirklich Spiel des Jahres, Leute. Ich bin echt dankbar, dass ihr alle mit mir dieses Spiel geschaut habt, ey. Boah. Ich bin wirklich überwältigt, ne? Als Star Wars Fan. Krank. Krank. Auch mit der Musik, mit allem, Alter. Diese Musik aus Teil 3, wo Anakin die Jungenlinge abgeschlachtet hat. Wo er gegen Obi-Wan am Ende gekämpft hat. Ich hatte solche Flashbacks gehabt. Ich hab den Film ja vor 15 Jahren das erste Mal im Kino gesehen. Krank, Freunde. Und damit würde ich sagen, ich verabschiede mich vom großen Star Wars Finale. Nimmt den Like-Button auseinander. Und wir sehen uns die Tage wieder, wenn wir das Spiel überall auf 100% machen. Und damit würde ich sagen, euer Öni verabschiedet sich. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, Freunde. Wir lassen das Ganze hier noch zu Ende laufen. Vielleicht kommt ja noch irgendeine Endszene oder sowas, das vielleicht auf einen zweiten Teil hindeutet oder so. Deshalb sehen wir uns gleich wieder. Aha. Du bist erneut vor der Festung. Sie ist nicht noch einmal spielbar, aber du kannst weiter erkunden. Ach, krass. Aha, was geht denn hier ab? So, wir gucken noch mal. Vielleicht können das Lichtschwert vielleicht noch mal... Wenn jetzt rot gehen würde, das wäre krass, Alter. So als Special oder so. Oh, ne, geht nicht. Okay. Wir gucken mal weiter, Leute, ob es hier noch irgendwas gibt oder ob wir einfach nur wieder zurück können zu dem Planeten. Aber ich bin überwältigt, Alter. Ich bin überwältigt, Leute. Okay. Wir gucken einfach mal hier noch mal. Ne. Können ihr noch mal die Pflanzen angucken. Mehr geht hier auf jeden Fall nicht, Leute. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir speichern an dieser Stelle und sehen uns dann die Tage wieder, wenn wir alles auf 100% machen. Wie gesagt, ich bin einfach nur überwältigt. Macht die 15.000 Likes voll für dieses kranke Finale, Alter. Krank. Es ist zu krank. Ich hoffe, ihr habt es genauso gesehen. Schreibt mir mal eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare rein. Zeigt mir euren Support, Leute. Wir sehen uns dann die Tage wieder bei einem Stream oder bei einem Video, wo wir dann alles auf 100% machen. bleibt am Start. Lasst ein Abo da. Checkt mein Instagram aus. Ich verabschiede mich von Star Wars. Macht's gut, Freunde. Haut rein. Und ciao. Schreck, philosophical. Nein, ich bin einfach aufiss engineers. Oh and I auf receber Ja, ich bin einfach. Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020